Taylor Swift schreibt erneut Musikgeschichte. Bei den Billboard Music Awards 2024 in Los Angeles räumt sie ganze zehn Preise ab. Damit ist sie die am meisten ausgezeichnete Künstlerin in der Geschichte der Veranstaltung. Sie gewinnt unter anderem die Preise als Top Artist, Top Female Artist und Top Billboard 200 Album. Ihr Album The Tortured Poets Department wird mit dem begehrten Preis ausgezeichnet. Mit insgesamt 49 Billboard-Auszeichnungen übertrifft sie nun den bisherigen Rekordhalter Drake. Erst kürzlich hat Taylor ihre erfolgreiche Eras-Tour abgeschlossen. Die Tour ist eine Hommage an die verschiedenen Kapitel ihrer musikalischen Reise. In ihrer Dankesrede reflektiert Taylor über die Bedeutung der Auszeichnungen. Die Billboard Awards zählen, was ihr hört. Also sehe ich das als fangestimmte Preise, erklärt sie in einer Videoaufnahme. Das ist das schönste frühe Geburtstagsgeschenk, das du mir machen konntest. Vielen Dank, ich liebe es. Es ist genau das, was ich wollte, freut sich Taylor, die am 13. Dezember ihren 35. Geburtstag feiert. Taylor begann ihre Karriere als Country-Sängerin. Sie hat sich zu einer der einflussreichsten Künstlerinnen ihrer Generation entwickelt. Ihr Erfolg spiegelt nicht nur ihr musikalisches Talent wider, sondern auch die enge Verbindung zu ihren Fans. Alles, was mit der Eras-Tour und The Tortured Poets Department passiert ist, bedeutet mir die Welt, betont sie. Ihr neuestes Album ist auch für mehrere Grammy Awards nominiert. Die Eras-Tour gilt als eine der umsatzstärksten Konzertreihen aller Zeiten. Mit Einnahmen von über 1,9 Milliarden Euro setzt sie neue Maßstäbe.